Wie beschäftigen Inhalte aus sozialen Medien und wie diese für den Journalismus, für Journalisten genutzt werden können, als weitere Quelle neben den etablierten Kanälen wie Nachrichtenagenturen oder auch der eigenen Recherche. Ich schreibe über Multiplattformstrategien von Medienunternehmen und ich denke, hier kann ich noch einige gute Fakten integrieren in meine Arbeit. Ich denke auch so vom Flurfunk, sei es nur jetzt von den Konsumenten, die rumlaufen oder auch den professionellen Leuten, die rumlaufen, bekommt man doch nochmal einen anderen Eindruck, was so die Trends eigentlich sein werden im nächsten Jahr oder vielleicht sogar langfristiger auch. 3D vor allem, da ich auf dem 3D Innovation Center arbeite und ich hoffe, dass da noch einige neue Infos dazukommen. Das ist hier natürlich eine absolute Networking-Plattform par excellence und auch noch mit der Anbindung an die internationale Funkausstellung trifft man hier Leute, naja gut, man trifft sie auch sonst irgendwo, aber nicht so geballt und nicht so in dieser Breite von Technologie bis Inhalt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR